Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tandoori-Hähnchen. Tandoori-Hähnchen ist ein Rezept, das in der Verpackung eines Kräuterschnapses gefunden wurde. Ob man diesen nach dem Verzehr des Gerichtes zu sich nehmen sollte, ging aus dem Rezept nicht hervor. Für vier Portionen, Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier Hähnchenfilets a 150 Gramm, vier Teelöffel Tandoori-Masala-Gewürzmischung. Salz, Pfeffer, edelsüßes Paprikapulver, drei Zwiebeln, Knoblauchzehe, 20 Gramm frischer Ingwer oder ein halber Teelöffel Ingwerpulver, zwei Esslöffel Sesamöl, 200 Gramm Joghurt Natur, 100 Gramm Schmand oder Sahne, 150 Milliliter Geflügelbrühe, zwei Teelöffel Kurkuma, ein halber Teelöffel Rosenpaprika, ein halber Teelöffel Koriander. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, Schüssel, hitzebeständige Pfanne mit hohem Rand, ersatzweise 1 Bräter. Zubereitung Die Tandoori-Gewürzmischung mit Salz, Pfeffer und edelsüßem Paprika mischen und die Filets damit einreiben. Die Filets etwa 10 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Die Zwiebeln würfeln. Den frischen Ingwer fein hacken. Die Knoblauchzehe in feine Scheibchen schneiden. Das Öl in der Pfanne oder dem Bräter erhitzen. Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln darin andünsten. Den Joghurt, die Sahne, die Geflügelbrühe und die restlichen Gewürze zufügen und verrühren. Das Fleisch in diese Mischung legen, wenden und offen im Backofen auf zweitunterster Schiene bei bei 190 bis 210 Grad Celsius garen, dabei gelegentlich wenden. Servieren Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!